Habt ihr zwei den Verstand verloren? Den Tränk zu engagieren ist der reinste Wahnsinn. Ich werde ihn im Auge behalten. Das wirst du nicht, den behält keiner im Auge. Dir auch einen guten Tag? Der steht in den Geschäften ohnehin im Weg. Das hat sich damit erledigt. Ich schicke ihn in den Krieg, du kannst mir dankbar sein. Du lässt dich mit einem Mörder ein, das wird dir keiner danken. Auf die Ungarn ist kein Verlass und Belle-Ile steht 30 Meilen vor Wien. Wir haben noch unsere Armee. Ja, aber die ist am Ende. Wir brauchen neue Waffen und neue Soldaten. Dafür haben wir das Geld nicht. Ich arbeite daran. Die Einkünfte aus dem Glücksspiel werden da nicht reichen. Ich sagte, ich bringe es auf. Wie? Woher? Sag mir die Wahrheit. So etwas wie Wahrheit oder Lüge gibt es nicht im Krieg. Es gibt nur gute und schlechte Spieler. Und von der Tränk spielt immer wieder unsauber. Für mich ist der Krieg kein Spiel.